Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. So, ich würde noch gerne einmal mit Ryan sprechen. Ich wollte nochmal schauen, was brauchte ich nochmal hierfür? Die Souls of Fright. Okay, ich glaube dafür mussten wir den Dingens-Typen da, Skeleton Prime, glaube ich, besiegen. Den Mechanical Worm tue ich erstmal hier rein, Leute. Und ich habe mir überlegt, ich sollte vielleicht noch ein paar Tränke herstellen. Ich habe hier noch 18 Sand, 18 Sand, damit komme ich nicht weit. Okay, also wir müssen sowieso den Wurm in der Nacht beschwören. Das ist ein Nachtkampf, das heißt, ich muss mich sowieso beeilen, dass ich irgendwie direkt, wenn die Nacht über uns hereinbricht, ihn beschwöre. Und ich habe mir überlegt, schaut mal, hier oben wäre doch ein ziemlich netter Platz, um ihn zu beschwören. Falls wir drauf gehen, kann ich dann nämlich richtig easy, wow, richtig easy unsere Sachen wiederbekommen. Und, ah, Harpien spawnen hier schon. Okay, dann sollte ich mir das vielleicht doch nochmal üben, äh, überlegen, ob wir das vielleicht unten machen. Ich hatte ja unten auch schon mal irgendwo was hingepackt, weil hier können jetzt auch Wüfern, oder wie die nochmal heißen, spawnen. Und das wäre irgendwie doch ein bisschen uncool, wenn in dem Bossfight dann auch noch auf einmal so ein, ja, so ein Mini-Boss in Anführungsstrichen, äh, spawned. Das wäre, glaube ich, nicht unbedingt so schön für uns. Ah, sehr schön, immerhin eine Feder gedroppt. So, die kleine hier würde ich auch gerne nochmal killen und dann ist auch schon gut. Also, ich weiß, wir hatten doch unten irgendwo nochmal so eine ähnliche Brücke gebaut. Dann würde ich dort ganz gerne, nein, oh man, den Stern hätte ich doch auch noch gerne mitgenommen. Dann hätte ich nämlich jetzt einfach mal gesagt, dass wir dort uns auf den Kampf vorbereiten. Okay, hier haben wir jetzt ein bisschen Sand, das trifft sich sehr gut. Dann würde ich mal sagen, bauen wir den einfach mal ab hier direkt. Und wie ihr seht, das geht hier richtig schön weit nach unten rein. Und wie ihr seht, es geht auch mega schnell, den ganzen Sand abzubauen. Und das dürfte dann genügend Gläser auf jeden Fall geben, damit wir uns die entsprechenden Tränke herstellen können. So, schaut mal her. So schnell können wir jetzt hier Glas herstellen, weil wir natürlich hier noch an unserem alten Spawnpoint sind und so viele Flaschen, ja, boah, ist das Shane. So, dann würde ich mal sagen, ich gehe ins Wasser und gönne mir dann mal hier eben. Ah, kann man nur auf 30 stacken. So. Sehr schön. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt geht's nach Hause und dann schaue ich mal. Also, welche Tränke ich mir auf jeden Fall herstellen will. Ist der Eisen, also Iron Skin Potion. Crafting, wollen wir mal schauen, was ich dafür brauche. Lass mich raten. Auf jeden Fall Eisen. Ah ja, Greater Healing Potion. Oh. Greater Healing Potions. Na, mal schauen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Also, Regeneration Potions. Genau, den hätte ich auch gern. Also, da brauche ich Mushrooms und Dayblooms für, okay. Mushroom, Daybloom. Hier brauche ich Daybloom und Eisen für Iron Skin, okay. Was habe ich jetzt nochmal alles genommen? Ähm, genau, der Regeneration. Dann bräuchte ich noch den... Den... Dorn wären auch nice. Deathweed und Kakteen, okay. Deathweed, Kakteen. Was war nochmal der Hunter? Ah, der zeigt an, wo die Enemies sind. Ist auch nicht schlecht. Gravitation, was habe ich hier? Fisch... Ach, ist ja lustig. Man kann sich so ein Fischglas machen. Wusste ich gar nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, wir brauchen Dayblooms. Und wir brauchen Mushrooms. Deathweed. Und... Ich hoffe, ich habe... Ah ja, doch. Ich habe noch ein paar Dayblooms. Okay, sehr schön. Mushrooms habe ich auch noch. Ähm, Deathweed habe ich sowieso. So, Mushroom und Daybloom brauche ich für den einen. Für den anderen brauche ich Eisen. Und ich brauche den natürlich noch. Was brauchten wir natürlich? Oh, hier ist Pixie Dust. Der gehört hier aber gar nicht rein. Der gehört da hinten rein. Die Federn können hier rein. Äh, was brauchte ich denn noch, Leute? Ich habe es doch gerade eben gesehen. Kakteen. Oh, da habe ich ja sehr schön. Da habe ich einige von. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich da noch für brauchte. Moment, wie viel Iron haben wir hier noch? Ach, zum Glück habe ich ja hier mehr als genug Eisen. Gut, ich würde mal sagen, fünf Tränke von jedem dürften locker reichen. Also, wir brauchen einmal den Dornen-Dings. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viele Minuten hält er? Zwei Minuten. Das sollte eigentlich reichen. Iron Skin. Zack, machen wir auch nochmal fünf. Und Regeneration machen wir auch nochmal fünf. So, das waren doch jetzt sogar schon alle, die ich haben wollte, oder? Ähm, Pixie Dust, der kommt hier rein. So. Quickstack bringt jetzt gerade nichts. Ich könnte natürlich jetzt auch nochmal überlegen, ob ich mir hier ein Dingens herstelle. Ähm, bessere Tränke. Ich habe hier nur die Lesser Healing Potions. Das ist natürlich nicht so toll. So, Quickstack. Jetzt kommen hier Mushrooms hier rein. Die Dayblooms. Ähm, ja, die Wasser-Dinger kommen hier auch mal mit rein. Und Deathweed kommt natürlich auch hier rein. Die Kakteen muss ich auch noch loswerden. Zack, dann kommen die halt hier hin. Und das sieht gut aus. So, den Stern würde ich gerne nochmal hier reinpacken, bevor ich den irgendwie droppe oder so. Und dann habe ich den nicht mehr. Okay, Dornen, Iron Skin, Regeneration. Das sind so die wichtigen. Ach, Moment. Ich habe hier noch 19 Healing Potions. Dann können die anderen erstmal wieder hier rein. Ich denke, die Healing Potions sollten genügen. Okay, das Eisen soll natürlich auch wieder weg. So, kommt hier hin. Und dann sieht es gut aus. Ähm, was wollte ich jetzt noch? Genau, Goldfische. Hatte ich hier nicht noch irgendwo... Ähm, Moment. Ich suche jetzt gerade genau diese Branches hier. Den Wirecutter nehme ich auch mal mit. Und dann brauche ich ja hier... Ach, die Alte ist ja noch nicht da. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Muss ich jetzt noch extra ein Haus für die bauen, oder was? Ja, Leute. Das sieht fast so aus. Dass wir hier irgendwie noch ein Haus für die Alte bauen müssen. So. Dann bekommt die meinetwegen jetzt hier... ...noch eine kleine Hütte spendiert. Ah, ich habe da eine ganz coole Idee, was wir da mitmachen könnten. Was wir da für eine Hütte rausmachen könnten. Ich muss nur aufpassen, weil ich glaube, die durften sich doch irgendwie keine Wände teilen. War das nicht so? Da war doch irgendwie... Irgendwas war da, dass die NPCs sich keine Wand teilen dürfen. Das ist ziemlich dämlich eigentlich, aber... ...kann ich ja auch nicht ändern. So, dann würde ich ganz gerne... Was haben wir denn noch so hier für Steine? Kupfer? Nee, grüne, goldene Steine. Ja, komm. Nehmen wir halt meinetwegen die goldenen Steine. Habe ich da auch noch ein paar goldene Rückwände? Ja. Mal schauen, ob das reichen wird. Ähm. So. Okay, das müsste genügen. Oder ist das jetzt schon... Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich weiß nicht, ob sieben ausreichen. Ausreichen. Ah, shit. Das ist doch... Was man nicht im Kopf hat, muss man im Wiki haben. Ich weiß. Muss ich gleich nochmal schnell im Wiki nachlesen. So, lasst mich noch schnell die restlichen Goldwände herstellen. Zwölf Stück dürften eigentlich mehr als ausreichend sein. Um das Ding hier einmal zuzumachen. Na komm schon, da hinten kommt es auch ran. Ich weiß es. Ah, hat genau gepasst. Wow. Als ob es geplant gewesen wäre. So, kann ich mir jetzt noch zwei Türen herstellen? Ja. So, die Tür kommt einmal zum einen hier hin. Und zum anderen dort. Genau, jetzt brauche ich noch Licht. Und natürlich brauchen wir auch noch die Dingens. Ich bräuchte auch nochmal Holzrückwände. Habe ich noch Holzrückwände? Ja, haben wir noch. So. Meine Güte, das wird jetzt hier echt eine Power-Folge. Weil eigentlich würde ich das ganz gerne schaffen, dass wir es noch fertig bekommen, bevor jetzt die Nacht über uns hereinbricht. Obwohl, das kann ich doch eigentlich schon fast vergessen. Bis die alte hier ist, vergehen ja nochmal Jahre. Ach, hier war sogar auch noch... Ach nee, Glasrückwände. Stimmt ja. Ähm. Die können dann wieder hier mit rein. Das heißt, ich brauche jetzt noch eine Fackel. Dann nehme ich jetzt einfach mal einen Topaz und stelle mir dann so gelbe Fackeln her. Genau. Und dann kommt die einmal hier. Und einmal dort ran. Jetzt bräuchten wir noch Stuhl und Dingens. Ich weiß nicht, ob die Hütte groß genug ist. Ich denke mal, die ist zu klein. Ich glaube, die muss 8 sein. Kann das sein, dass die genau 8 sein muss? Dann wäre die nämlich genau um 1 zu klein. Ähm. So, was ich mir jetzt auf jeden Fall herstellen wollte... Dafür musste ich mal eben ganz kurz die Eisenbarren haben. um zu sehen, was wir dafür brauchen. So. Dapp, dapp, dapp. Wo suche ich es denn jetzt? Okay, alles klar. Also, ich brauche wirklich nur Eisen dafür. Das ist sehr interessant. Das trifft sich natürlich. So, dann schnappe ich mir mal hier noch ein bisschen Eisen. Und stelle mir ein bisschen was her. Also, ich möchte einmal zum einen hier eine Badewanne haben. Und zum anderen... Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt 8 Stück. Zum anderen eine Toilette. Okay, waren nur 6 Stück. Egal. Haben wir halt wieder ein bisschen was verschwendet. Wir leben ja hier in Saus und Braus. Denn hier in unserem Dorf gibt es ja noch gar keine Toilette bisher. Und das ist natürlich schon ein bisschen krass. Wo sollen die armen Leute denn aufs Klo gehen? Geh da mal weg. Ich muss hier eine Badewanne platzieren. So, dann halt so. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Is no valid housing? Okay. Dann denke ich mal einfach, dass wir hier... Wohl oder übel... ...noch einen weiter nach hinten gehen müssen, Leute. So. Ist hier jetzt halt ein Durchbruch. Erstmal. Aber keine Sorge. Das wird hier sofort wieder repariert von uns. So. Gold Bricks her damit. Und dann packen wir die hier wieder hin. Moment. Können wir natürlich so... ...vieh leichter machen. Zack. Jetzt brauche ich aber auch noch goldene Rückwände wieder. Äh. Alles nicht so einfach hier. Nur damit die NPCs wieder... ...ein schönes Zuhause haben. Müssen wir hier... ...und so einen Stress machen. Oder ist es nicht hoch genug? Das kann natürlich auch sein. Ah, was mache ich denn jetzt? Ne, das war schlecht. Das muss wieder weg. So, wir wollen natürlich hier die goldenen Rückwände hinsetzen. Und das da oben... Ja, ich weiß, aber... So, genau. Ich würde gerne... ...das Ding da noch einmal wegbauen. Und... ...jetzt passt es. So, die Fackel hier nimmst du trotzdem nochmal an dich. Denn wir haben doch hier die schicken gelben Fackeln, die hier rein sollten. Zack. Okay, und... ...ist es not valid housing? Warum nicht? Warum nicht? Muss es jetzt noch einen höher? Ich weiß es nicht. Moment, wir können es aber einfach mal so probieren. Ich dachte... Okay, daran liegt es nicht. Ah, shit. Ich habe gedacht, dass die... ...dass die Badewanne und die Dingens... Oder sind hier noch Dreckrückwände im Moment? Äh... Nimm doch mal bitte die... ...den Sledgehammer. So, ich muss mal hier eben die Dreckrückwände wegpacken, Leute. So, okay. Und dann packen wir hier überall alles mit Gold voll. Kann nämlich auch daran liegen... ...dass es noch nicht als Rückwand zählte. Okay, dann werden wir es einfach mal anders probieren. Schade, ey. Ich habe echt gedacht, dass die... ...toilette und die Dingens reichen würden. Ähm... Ne, Moment, ich muss hier runter. Also, ich brauche einmal einen Stuhl. Und einmal einen Tisch. Also, wenn es jetzt mit Stuhl und Tisch geht... Das wäre schade, weil dann können wir hier kein Klo draus machen. This is not valid housing. Okay. Okay, wartet. Noch einmal. Noch einmal der nächste Versuch jetzt bitte. Ich werde mich mal eben hier auf den Tisch stellen. Warum ist das kein Haus? Ist doch doof. Jetzt ist der... Wieso ist der jetzt von dort unten hier hochgezogen? Muss ich nicht verstehen, oder? So. Das heißt, dort muss noch ein goldener Dingens hin. Okay, this housing is suitable. Okay, dann war es wirklich einfach noch nicht hoch genug. So, dann würde ich jetzt gerne hier wieder die Dingens hinstellen. Das Klo natürlich. So. Und die Badewanne kommt dann hier hin. Und ich denke mal, jetzt geht's, oder? So, wartet. Dann können wir hier die gelben Fackeln. Auch noch... Auch noch... Ja. Ja, super. So. Na komm schon. So. Und? Yes. Sehr schön. Jetzt kann hier jemand drin wohnen. Dann hoffen wir mal, dass die alte Truller da bald hier einziehen wird. Hier muss noch ein Holz hin. Und meinetwegen machen wir hier auch nochmal so Holz hin. Das sieht doch dann komisch aus. So sieht's, glaube ich, besser aus, wenn wir dann hier noch einen Dirtblock hin machen. Dann... Moment. Einmal die ganzen Rasenflächen so weg machen. Okay. Ja, so kann sich das sehen lassen. Jetzt haben wir hier so ein Pornoklo uns zusammengebaut. Ja, dann müssen wir jetzt wohl oder übel auf die alte warten. Ich hoffe mal, dass ich jetzt... Dass die irgendwann hier eintrifft. Die alte Truller da. Nicht, dass wir jetzt eher wie einen Bug haben oder so. Aber ich verstehe nicht, warum der jetzt noch da oben gezogen ist. Also hier unten kann er doch auch noch wohnen. Ja, hier kann er wohnen. Also haben wir ja eigentlich schon genügend Häuser. Wieso wohnt denn jetzt hier unten niemand mehr? Hä? Leute, das muss ich nicht verstehen, oder? Also Moment, der Goblin-Typ, der hat doch hier gewohnt. Oh Mann, was mach ich denn jetzt schon wieder? So, Moment. Man konnte doch irgendwie... Ne, wie ging denn das? Ach, jetzt hab ich das weggenommen. Also der Typ, der wohnt ja doch hier unten. Okay. Ich dachte, man konnte irgendwie die... ...Dinger zu... ...weisen. Naja. Irgendwie ging das, aber fragt mich nicht wie. So, ich hoffe mal, dass die wirklich jetzt noch irgendwie... ...irgendwann mal sich zu uns bequemt. Ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll, weil ich weiß ja auch nicht, wo die ist. Im Dungeon war die doch auch nicht mehr, oder? Vielleicht ist sie... Ah, Leute, wisst ihr, was sein kann? Dass sie im Dungeon runtergefallen ist, da, wo die Stacheln sind. Dann müssten wir die da suchen. Das wäre immer mega scheiße. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass die Alte dann irgendwie hier demnächst eintrifft. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann erstmal einen Cut für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht dir noch einen schönen Tag. Ciao.